Spüre, wie dein Körper Kontakt mit der Unterlage hat. Nimm wahr, wie sich das anfühlt. Richte deine Aufmerksamkeit nun ganz auf deinen Atem. Werde dir deines Atems bewusst und spüre, wie sich der Brustkorb hebt und senkt. Vielleicht kannst du deinen Atem auch weiter in deinem Bauchraum spüren. Atme ein und aus und nimm diesen Vorgang bewusst wahr. Ein und aus. Erlaube deinem Körper, einfach in seinem Rhythmus zu atmen. Versuche, wach und konzentriert beim Atem zu bleiben. Es ist normal. Lass sie gehen und kehre zum Atem zurück und spüre deinem Atemfluss nach. Ein und aus. Atme ein. Und aus und nimm diesen Vorgang bewusst wahr. Vielleicht kannst du spüren, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Und aus. Und aus. aus. Spüre nur deinem Atem nach. ohne ihn zu beeinflussen. aus. 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 Es ist normal, dass Gedanken kommen. Lass sie gehen und kehre zum Atem zurück. Ein und aus. Versuche, wach und konzentriert beim Atem zu bleiben. Ein und aus. 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 Wenn Gedanken kommen, lass sie gehen und kehre mit deiner Aufmerksamkeit zum Atem zurück. Ein und aus. Versuche, wach und konzentriert beim Atem zu bleiben. Ein und aus. Begleite den Atem mit deiner Aufmerksamkeit. Vielleicht kannst du spüren, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Vielen Dank. Es ist normal, dass Gedanken kommen, lass sie gehen und kehre zum Atem zurück. Ein und aus. Spüre nur deinem Atem nach. Ohne ihn zu beeinflussen. Ein und aus. Begleite deinen Atem mit deiner Aufmerksamkeit. Ein und aus. Und aus. 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 Wieder in deinem Raum an. Ja, das war unsere zweite Montagmorgen-Meditation im Download-Bereich auf der Website. Und auch hier im Webinar haben wir Ihnen noch eine Achtsamkeitsübung für die kommende Woche zusammengestellt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren, viel Freude und gutes Gelingen beim Üben und freue mich schon auf nächste Woche Montag. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.